Oh, was denn für Jungs? Äh, komm. Natürlich, mit der Schaufel. Die spanken ja richtig. Was geht denn hier ab? Ach. Na, also. Äh. Puh, okay. Hund, such mal. Das Geräusch hier, das ist ja gruselig. Dieses Knurren. Ähm. Hm. Hund, der warten muss? Na toll. Geht's in der Pyramide noch weiter? Super. Na gut. Dann ist das so. Ich hoffe, die sind hier nicht alle so stark. Nach. Hä? Äh. Wir fangen erstmal rechts an, gehen danach links durch. Was sind denn das für komische Kuttenträger? Übrigens, wenn man die Fetisch, wie hieß denn, dieses Feuerfetisch holt, dann, ich glaube, dann hat man irgendeinen Bonus bei diesen Jungs hier. Ich weiß gar nicht, wie das genau war. Oder wird einem dann nicht so viel oder gar nichts abgezogen. Dann dreht man mit einem. Ich weiß nicht, was dann war. Ich habe das nicht mehr im Kopf, aber das ist im Prinzip, was die tragen, ist ein Feuerfetisch. So eine Kutte eben. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Wagesrecht Löffel 21. Sehr schön. Und diese Jungs hier, die bringen noch mal ein bisschen mehr als die anderen. Da ist irgendwas Schönes. Ich mache die jetzt nur einmal auf den Weg, weil die wirklich gute Erfahrungen bringen. Da gehe ich noch nicht durch. Wir gehen erstmal den schmalen Gang lang. Ach. So. Musst du es rechtzeitig angreifen. Was ist das? Da komme ich nicht durch. Interessant. Hier müssen wir später wieder kommen. Gehe ich halt hier einmal drüben lang. Hier. Von mir auch noch einen besten Gruß. Okay, wo führt das jetzt hin? Ah, perfekt. Wo ich eh hin wollte. Hundekuchen. Komm, Hundi. Wir nehmen die nächste Tür. Hier auf der rechten Seite müssen wir uns merken, müssen wir nochmal rein. Später in die Pyramide, wenn wir wieder hierher kommen. Das dauert noch, Klammer auf. Klammer zu. Ansonsten müssen wir jetzt noch die beiden anderen oder drei, ich weiß gar nicht, wie viele Gänge es waren, absuchen. Oh, 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 oh. Die treffen auch zu 100%. Das ist so nervig. Eigentlich hätten wir auch längst eine bessere Rüstung haben müssen, aber wir haben einige Dinge anders gemacht, als man sie machen kann. Also man kann durchaus auch schon eine bessere Rüstung haben. Das geht noch nicht auf. Die Mitte geht noch nicht auf. Interessant. Autsch. Schönen Rücken. Ein schöner Rücken kann auch entzücken. Hier. Genau, Hund. Mach mal Wuff. Na, natürlich. Natürlich. Sind das irgendwelche Löwenköpfe? Vorhin waren das Schlangenköpfe, glaube ich, ne? Diese grünen haben bestimmt die Schlangenköpfe. Jetzt sind das Löwenköpfe. Irgendwelche Löwenmänner. Das ist wieder so ein komisches... Wie heißen die? Ogrin? Warte, ich gucke nochmal. Wie heißen die? Ogrin. Klauerperle. Jetzt hab ich den Hund gehauen. Na gut, dass es kein Friendly Fire gibt. Friendly Feierabend. Da geht's denn irgendwo hin? Ein Sacker ist ja wie von der schönsten Art. Den machen wir kaputt. Hund, fängst an. Oh. Und du hörst auch auf. Sehr gut. Da ist noch so ein Topf. Sehr gut. So sind wir ein Team. So ist das gut. Ja, so sind wir ein Team. Ja, ja. Ist ja gut. Ich komme ja schon. Und du? Also ein Pokémon wäre teuer gewesen. Wo geht's denn da drüben hin? Wieso komme ich da nicht rein? Ach, da brauchen wir ein anderes Portal. Vielleicht kommen wir da durch die Mitte jetzt noch. Mal gucken. Müssen wir uns da ein bisschen entlang versuchen. Ah, hier kommen wir noch nicht durch. Warum auch immer. Ich weiß es nicht. Und das da hinten da. Ne, hier ging's ja nirgendwo lang. Ich geh mal zurück. Wups. Die mit ihren blöden Schaufeln immer. Ich geh mal wieder raus. Und speicher vorher. Nicht, dass mir irgendwas widerfährt, was meinen Spielstand zerstört und ich wieder laden muss. Na. Ja, komm. Energie sog. Ich will den trainieren. Sehr schön. Der hat mich getroffen. Gut. Und tschüss. Ja, also das mittlere Tor ging noch nicht auf, weil wir natürlich da oben noch durch dieses andere etwas durch müssen. beziehungsweise das Tor wird sich schon noch irgendwann öffnen. Ich weiß noch nicht wann. Ich weiß auch nicht wo. Aber ich weiß, dass es sich öffnen wird. Das ist ja schon mal viel wert. Was wir jetzt natürlich noch machen können, ist, die Gewässer nach Norden führen, folgen. Es ist ja hier quasi ein Fluss, wo wir hier drin laufen. Nur, dass der trocken ist. Fluss heißt ja Fluss, weil er fließt. Weil er nicht mehr fließt, ist es kein Fluss mehr. Wie wäre es denn jetzt mal mit Nektar? Haben wir immerhin genug? Ist in jedem Dorf drin. Du hast genug Blätter. Super. Das ist einfach. Ja, das ist ja ein Traum, wie ich hier meine Sachen da immer verlieren tue. Puff. Speichern. Und dann gehen wir nach Norden. So. Gehen wir jetzt nämlich erstmal weiter. Ich werde die Aufnahme gleich beenden. Ich muss mir das mal selber sagen, weil sonst vergesse ich das selber. Wie viele Juwelen haben wir? 20.000. Das ist in Ordnung. Wir haben schlechte Ausrüstung. Wir haben kein Level ab. Kein nahestehendes Level ab. Wir haben... Haben wir gut Zauber? Ja, es geht so. Also Krafttauch haben wir jedenfalls ganz gut. Feuerball ist ein bisschen dünn. Aber der braucht so ein Feuer. Und so teuer. Ähm... Er hat eh bald ein Level ab. Also insofern... Eigentlich zaubern wir recht häufig. Müssen wir auch. Ich glaube, es gibt 10 Level oder 9 Level. Wir gehen hier mal einfach in Ordnung durch. So. Diese Orte sollten nie entdeckt werden. Land, was nie entstehen sollte. einer Welt, die es eigentlich gar nicht gehen dürfte. Folgen wir... dem Strudel der Zeit. Äh... Der Mond sieht jetzt wieder gut aus. Au. Verdammt. Oh, wie ist mir? Bin ich? Was? Hä? Hier lang? Bin ich? Wo sind wir? Hund? Du darfst gerne mal schnuffeln. Halt deinen Arsch nicht so hoch und schnuffel. Entschuldigung. Huch, das flackert ja so lustig. Ähm... Wir sind irgendwo... Warum flackert das denn? Kalkstein? Habt ihr das auch gesehen? Das flackert manchmal. Das gehört nicht zum Spiel. Das ist nicht gewollt. Da kommt gerade ein... ein Oglin. Muss ich mit Zaubern sparen? Ich muss gerade mal überlegen, ob hier irgendwas Wichtiges später noch sein wird. In der Tat... Wie ausgewichen. Achso. Die sieht man überhaupt nicht im Dunkeln. Aber es blitzt so komisch. Das ist nicht normal, dass das so komisch flackert. Aber ich mach das... Ich nehm das trotzdem so mit auf. Ist mir jetzt egal. Ah. Dieses Viecher. Ich... Ich wollte ja da gerne mal durch. Aber ich wollte erst mal... Hä? Hund. Mach was. Genau. Nee, nicht auf mich. Au. Jawoll. Nektar. Ihr Schüss. Na los, komm her. Hör auf, die Maus zu killen. Ist hier noch irgendwas, Lou? Schau mal. Such. Gut. Hund. Hast du sehr gut gemacht. Ja, nicht die schon wieder. Wenn ich nicht kriege noch eine... Ja, okay. Gut. Geh mich mal durch. Das ist, glaub ich, der erste... Schalter... Äh... Portal-Teleporter-Dingenskirchen. Hund sieht erst mal nichts. Hier geht es nicht weiter. Gut, Hund. Das muss ich mal leider machen. Hier? Ah. Wo kommt eigentlich der Wind her, wenn ich unter der Erde bin? Toll. Ich will Zaubersparen. Doch. Boah, sind die... mhm. Zahlreich. Genau. Schubs mich ruhig ein bisschen. Mir kann man es ja machen. Auch nicht die. Ist hier irgendwas an der Wand? Und such doch mal. Schön. Ja, Rissen. So. Jetzt habe ich die Ratte ausgezogen. Ganze sechs. Na, also. Immerhin ein. Gut. Äh. Ja. Jetzt such doch mal. Nichts. Wo bin ich jetzt eigentlich hergekommen? Ich glaube, aus diesem links dort. Da wollte ich noch nicht rein. Oh. Aber ich glaube, unten ging es eh nicht weiter. Müssten eigentlich richtig sein. Da geht es durch die Tür. Äh, durch den Raum. Und such. Nächstens einmal. Hier. Ah, Tatsache. Sehr schön. Brav. Noch mehr? Na komm. Geh ne weiter. Na. Und. Such. Hier. Aha. Ich hab doch. Oh. Kämpfe ja um mit vereinten Kräften. Wie gemein. Jawohl. Komm, Lu. Dann mach mal auch. Die sind übrigens nicht. Äh. Ne, ich sag nichts. Äh. Hm. Hier. Ofenkorb, Junge. Mist. Als ich das übrigens das erste Mal durchgespielt hab, war ich gar nicht in alle Lachmer. Also, ich war schon in alle Lachmer, aber ich hab nicht die ganzen Dinger gekauft, bestellt, äh, getauscht. Und das war teilweise richtig schwer deswegen. Ähm. Ähm. Da muss man richtig aufpassen, dass, äh, man nicht starr, aber. Ich wollte hier nochmal gucken. Übrigens sind die Ladezeiten ja extrem kurz. Wundert mich gerade. So. Wir zaubern nochmal. Hm. Sehr schön. Such. Nix. Was? Was hier? Da? Hier? Ah, Schwefel. Schwefel ist sehr schön. Das hast du gut gesucht. Hast du hier noch mehr? Komm, such. Also, hier geht's nach oben. Da drüben ging's nach rechts. Ähm. 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 Geh erstmal nach oben. Ich hab keinen Plan. Ich hab hier schon mal verlaufen. Und such. Was hier? Kristalle. Da geht's nach rechts. Ist hier oben noch was? Nö. Ähm. Ich hab hier mal keinen Plan, wo wir sind. Äh. Ich krieg... Hm. Natürlich. Was hier? Wo? Such doch mal. Ah. Danke. Ist hier noch mehr? Oder hier? Ich glaub, jetzt bin ich einmal im Kreis gelaufen. Kann das sein? Wenn ich jetzt hier wieder durchgehe, müsste ich doch quasi wieder... Ja. Bin ich wieder an der Stelle. Okay. Dann gehen wir hier erstmal wieder durch. Gucken hier mal nach unten. Boah, sind die lästig. Und zwar alle. Lass den Jungen noch mal spielen. Lass den Jungen noch mal spielen. Lass den Jungen noch mal spielen. Oh. Hier. Hilfe. Was ist denn hier los? Au. Äh. Nee, jetzt hab ich keine Lust mehr. Tschüss. Na. Ja, ist ja gut. Und? Du kümmerst dich da drum. Tschakka. Ich vertraue in dir. In dich. Und dein Tun. Sein. So. Na. Hör doch. So. Wir haben jetzt einen Teleporter mir quasi noch ausgelassen. Den will ich gleich auch noch machen. Ich wollte mich nur erstmal umsehen, wo es hier lang geht. Das Ganze ist ein riesiges Labyrinth. Und man muss aufpassen, wo man langläuft. Deswegen passe ich gerade auf, wo ich langlaufe. Ja, außer die Schaufeln. Die sehe ich nicht. Schaufeljungs. Vorhin den Schritt geschaufelt. Ist ja unerhört. Da. Ähm. Ups. Äh. Da fehlt noch ein Portal. Soll ich das vielleicht erstmal nehmen? Weil ich fürchte, hier geht es weiter. Ich will nochmal das Portal besuchen. Da war nur noch diese reine Teleport. Ich habe so eine Ahnung, dass das da unten nicht zum Ende geht. Und ich will noch nicht zum Ende. Ich will erstmal, wenn möglich, jedes Leckerchen mitnehmen, was es hier so gibt. Komm, Hund. Genau. Komm einfach mal mit. Kann man ja mal machen. Such. Au. Was hier? Da? Ah. Schwefel. Schwefel. Sehr schön. Hier? Nee. Da. So. Hier. Tropfen Ethanol. Oh. Sehr schön. Da geht es noch runter. Gehen erstmal... Äh. Hier durch. Äh. Da war eben noch ein Weg. Ich weiß. Bin ich denn jetzt? Da geht es wieder hoch. Hier ist der Bodenanlass. Ich glaube, hier bin ich nämlich richtig. Oh. Drei. Ernsthaft? Hund, so tu doch was. Die Schaufelbrüder greifen an. So. Och. Was ist denn hier los? Schon wieder? Ich mach mich aber fertig hier. Was ist denn das für ein Club hier? Der Club der Schaufelbrüder. Höhöh. Höhöh. Wo geht's denn hier lang? Aha. Da ist noch was, sagst du? Wurzeln, nehme mit. Wurzeln. Wo sind wir denn jetzt? Das ist bestimmt, ja. Das ist genau der Gang, den ich erst gegangen bin. Gut. Jetzt haben wir quasi die Brücke geschlagen. Okay. Das ist also ein Rundgang. Ich lass Hund ab und zu mal ein bisschen schnüffeln und stehen. Hä. 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 Treffer und versenkt. Jetzt. Äh. Hund. Ist denn hier noch irgendwas Interessantes? Ah, da oben war noch ein Weg, ne? Warte mal. Mist. War ich da schon drin? Ja, ich denke schon. Äh. Äh. Hund, such. Mist. Hast du noch was? Oh, Tatsache. 3.000 Meter 0. Nehme mit. Diese Flatterviecher, ne? Ihr kriegt deine Stresspöspel. Äh. So, speicher nochmal. Es gab hier übrigens auch irgendwo eine Kiste, aber ich weiß nicht mehr, wie man da hinkommt. Geschweige denn, äh. Der hat mich rausgeschubst. Hier sind zwei. Vielleicht sollte ich erstmal den hinteren nehmen. Ja, ich nehme erstmal den hinteren. Mich schön draufgeschmissen. Ich wollte noch gar nicht. Aber danke für die Hilfe. Ich glaube, hier sind wir richtig. Und du suchst schon mal. Ist das jetzt dieser? Dieser. Ist das jetzt dieser? Oder ist das nicht dieser? Bin ich denn jetzt? Ich habe ja überhaupt keinen Plan. Hier. War ich hier schon mal? Jetzt bin ich aber echt verwirrt. Ja. Ich glaube, hier war ich schon mal. Ich gehe da einfach nochmal durch. Ähm. Ich glaube, wir laufen gerade ein bisschen im Kreis. Ja. Ich weiß, wo wir sind. Nämlich falsch. Äh. Müssen hier oben wieder durch. Müssen wir jetzt zu diesem helleren Boden. Genau. Dieser hier. Dieser. Dann müssen wir hier unten einmal durch. Das müsste der richtige Weg sein. Und dann ging es hier, glaube ich, nach oben einmal. Ja. Hier sind wir richtig. So. Was hast du jetzt davon? In der Reiserei. Da noch einen. Für Mutti. Au. Das war Papa. Und such. Du hast hier was zu tun. Du hast Aufgaben zu erfüllen. Ah, hier sind ja wieder diese zwei. Jetzt bin ich aber langsam ein bisschen durcheinander. Hier lang? Nee, das ist ja wieder der Raum. Ich, äh, drehe ich mich im Kreis. Warte mal. Das ist A. Das ist B. Das ist dann C. So, und wenn ich jetzt hier oben lang gehe. Und hier durchs Portal komme. Oder ich nehme hier mal den oberen. Hä? Das ist echt so ein 3... 3er Raum, hier wo ich dann drei verschiedene Sachen eingehe. Der dreht sich im Kreis. Das ist ein bisschen suboptimal. Und was ist los? Dann gehe ich hier mal nach oben. Ich laufe im Kreis. Ist das nicht schön? Ja, ist es nicht besser, wieder nach Hause zu gehen? Ähm... So, dann gehen wir hier runter. Gehen wir hier nochmal runter. Dann muss das Flattervieh kommen. Genau. Dann geht es hier nach rechts. Dann geht es bald wieder nach oben. Ich sollte mal was essen. Weil gut, dass wir ein paar Wurzeln gekauft haben. Wurzeln? Hier ist nichts. Hier sind ein paar Mäuse. Da ist wieder ein Schaufelbagger. Ähm... Ah, hier ist wieder was Helles. Heller Boden ist gut. Ich lasse die jetzt mal links liegen, sonst kommen wir ja gar nicht weiter. War ich hier schon? Es sieht irgendwie... Doch, hier muss ich schon gewesen sein. Ja, hier ist ja wieder das Portal. Und wenn ich hier jetzt durchgehe, dann komme ich glaube ich oben wieder raus, ne? Mit den zwei Portalen. Ja, jetzt bin ich ja wieder an den zwei Portalen. Wenn ich jetzt runtergehe, müsste ich wieder an dem Raum mit dem Portal, wo ich gerade durchgekommen bin, sein. Wenn ich jetzt hier also durchgehe, bin ich wieder an dem Raum. Äh... Ich, äh... Ich, äh... Dreh mich irgendwie gerade im Kreis. Das ist ein ganz interessantes Rätsel. Das ist, äh... Bunterbunt, munter, völlig lichterleuchtet und tralala. Ich fühle mich richtig wohl in dieser Gegend. Nicht. Klammer zu. Ähm... Und? Komm. Wenigstens flackert es nicht mehr. Puh. So, wo bin ich jetzt? Da geht's nach unten. Geht's nur nach links. Ich glaube, jetzt gehe ich langsam wieder zurück. Kann das sein? Schön. Hund ist der Beste. Der Allerbeste. Äh... Ja, wo bin ich denn nun? Shanghai. Ich hab keine Ahnung. Ich bin völlig verwirrigt jetzt. Hm, es gibt hier einen Weg. Ich hab da aber meistens auch die Spielehilfe genommen. Das Geste... Ach, das ist der Anfang. Super. Gut, dann gehen wir hier mal nach... Oh, geht's nicht weiter? Jetzt bin ich wieder am Anfang. Ach, mein Lieber. Nee, da wollte ich noch nicht durch. Da gehen wir gleich nochmal zurück. Ich glaube, da ging's noch nach unten weiter. Ich versuch das mal systematisch ein bisschen aufzurollen. Auf der Seite haben wir quasi schon alles gesehen. Also. Hier nach unten. Mhm, bis wir einer Schaufel entgegenkommen. Dann geht's hier nach oben. Ja, das sieht doch besser aus. Dann hier durch. Äh, da war ein Portal. Ist noch eine Tür. Äh, da geh ich erstmal hoch. Warte, wo? Was hast du geschnuffelt? Was ist los? Das ist ein Riesenraum mit nichts. Das geht hier einmal nach rechts. Ich weiß, jetzt habe ich schon zwei Dinger übersehen. Die mache ich gleich noch. Ist auch so ein Riesenraum. Hier ist wieder ein Portal. Hier war ich aber definitiv noch nicht. Ihr habt euch ja den Weg gemerkt, ne? Ihr könnt ja zurückspulen. Hier. Hier. Tatsache. Tatsache. Tschüss. Keine Zeit. Schaufelbagger. Da wollte ich noch nicht durch. Musst du runter erstmal hinterher kommen. Ah, hier ist der Topf. Bin ich zufälligerweise richtig? Drei Zauberperlen. Deswegen ist das ein sehr wertvoller Ort. Und hier gibt es noch mehr. Kristalle. Wasser. Und wo bin ich jetzt? Gibt es noch was? Such mal. Da. Bleib.